Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge meines Minecraft Let's Plays. Wir machen da weiter, wo wir stehen geblieben sind. Schmelzen, Apfels bauen und hoffen, dass es funktioniert. Genau. Also, wir brauchen bis an vier Stück. Dann muss ich das jetzt jedes Mal einzeln anklicken. Oh, wir haben nicht genug Kabel dafür. Okay. Ja gut, dann mach ich erst mal zwei Upgrade. Und hauere die schon mal hier rein. Ja, es ist deutlich schneller. Es ist viel, viel schneller. Sehr schön. Dann brauchen wir noch mehr Rubber. Eigentlich müsste ich so eine richtige Rubber-Farm bauen. So. Gut, wie machen wir das am besten? Hm. Wir legen erst mal weg. Das war ja der unterste. So. Dann brauchen wir erst mal einiges an Platz. So. Und dann. Ich verhandle mir die Mina. Die braucht halt unbedingt weiterhin Zugang. So. Ich würde vielleicht sogar den Weg hier so ein bisschen geschlenkert runterbauen und hier drüben eine kleine Rubber-Farm aufstellen. Aber erst mal gehe ich schlafen, weil es schon wieder nacht wird. So. Es gab noch diese Steinsäge. Ich muss mal gucken, ob es immer noch was gibt. Was braucht man dafür? Hier. Ähm. Wie ist das? Hier. Ja. Dauncutter. Eisen und drei gebrannte Steine. Ja, das ist gar kein Problem. Ach nee, wir haben hier ja sogar noch Sepp. Ich hoffe, es hat nicht geschmolzen. Das war ein Problem. Aber diese Steinsäge, die mache ich trotzdem schnell, weil die werden wir noch brauchen. Schade für mich zu haben. Die stelle ich vielleicht mal hier hin. Jeder kommt erstmal wieder rein. Und hier putzelt es schön. Sehr gut. Jetzt sind wir auch fertig. Können wir mal das Holz einhauen. Das Holz kann ich auch mal einlagern. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt ganz halt im Inventar. Da kriege ich noch was im Rucksack. Das kann ich auch mal nehmen. Und dann nehmen wir das Stein wieder weg. Das, das, rein. Und dann mache ich mal die Vogelneste auf. Was gab's? Jede Menge Stuff. Okay, ein Einvogelnest war sogar ein roher Lack. Nix kann man immer gebrauchen. Noch ein... Ja, die habe ich hier wieder rein. Blindfeder, Eier... Ja, passt. Kann man gut mitgeben. Das ist auch schon ein bisschen gebrauchen. Ähm, den hier brauche ich auf jeden Fall wieder. Das Redstone. Das raffinierte Iron Angers. Und zwar natürlich... So... Ähm, erstmal hier wieder... Wie hieß es? Upgrade. Ja, 13. Dann... 4... 2... 3... Das ist perfekt. Ach ja, ihr habt ihr abgelegt. Stimmt, stimmt. Und jetzt sind die Wands. Das glaube ich jetzt erstmal nicht. Ach ja. Hier... Erstmal noch ein paar... Kabelchen. So... Und jetzt kann ich noch zwei machen. Einen... Und zwei. Und dann wird unser Ofen einfach Heißdienst haben. Okay. Ja... Der hat jetzt wirklich Heißdienst drauf. So, dann taue ich alles mal direkt rein. Geht halt so schnell, es lohnt sich nicht mal rauszupacken, bis es fertig ist. Was will ich um Ohr. Blasen. Hier den kann man anscheinend nicht schmelzen. Ja, dann haben wir alles durchgebraten, was durch zu braten geht. Sehr schön. Apropos durchbraten. Was macht eigentlich die Curry? Inzwischen fertig. Auch die neue Aufgaben. Nimm mal ein paar Fackeln noch. Ähm... Die wird bestimmt jammern, dass ihr keine Fackeln mehr habt. So. 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 Zudem zwar ist ein Turtle, keine Gröhen. Mining Turtle. In manchen Mod-Packs exaktiv張FT bathrooms. Da sind solche Steinbrüche. Einfach direkt zu so reparieren. Aber ja... Die ist schon fertig. Dichtbar schon... Ja, die hat kaum noch Fackeln. So, eine Kiste hat geplatiert. Mal schauen, was drin ist. Ja. Okay. Ähm. Was? Soll ich mit der Leandhand draufklicken? Soll einfach weitergehen. Stopp. Pin kann man mal mitnehmen. Silber nehm ich mal mit. Ich weiß halt nicht, wofür ich das auch. Kupfer auf jeden Fall. Das brauch ich für Kabel. So. Das Pin, ja gut, ich hab jetzt eigentlich die, ähm... ...Wert fertig. Und für diesen Grinder lohnt sich's eigentlich nicht wirklich. Ja, das... ...komm ich nimm's nicht. Ich mein, für den Grinder lohnt sich's nicht, da extra Trades reinzuhauen, weil wir eh so wenig damit grinden. Ich weiß nicht, wahrscheinlich braucht das auch noch einige andere Sachen, könnte ich mir vorstellen. ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020